Ah! Wollen wir die Tore hin? Ich glaube, das ist aber ein altes Rennen, oder? Oder? Nein. Nein, das ist jetzt das Straßenrennen. Ja, das ist jetzt das Straßenrennen. Ja, so. Sehst du. Da brauchen wir noch ein bisschen einen Wagen, oder? Ach, real! Ach, versuchen wir es nicht so. Jetzt kommen wir wieder in den besten Wagen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Geld, oder? Ist das alles ausgegeben? Wenn man mit 100 Sachen über dem Highway brettert, geht es bei jeder Entscheidung um Leben und Tod. Ich bin La Catrina. Und das hier ist der reiche Schrift. La Catrina. Dich werde ich in den Arsch bumsen. Mit meinem Auto. Weil ich dich von hinten aufräume. Bist du der Gringo, der unseren Midnight Run fahren will? Fahren und gewinnen. Ich bin Tyler Morgan. Morgan, hm? Nie von dir gehört. Versuch einfach mitzuhalten. Ich werde deutlich mehr tun. Nie von dir gehört, finde ich auch gut. Aber es kommt halt der Disrespekt. Wir haben aber noch genug Geld, um ein besseres Auto zu kaufen. Wir haben noch ein besseres Auto. Wir kaufen mir gleich ein vernünftiges, ne? Und den BTS. Einfach wieder das Beste. Was du sagst, wenn ich kamen kannst. Mhm. Namen alleine. La Triste. Calaca, Maida, Borges und Azteca. Also da passt keiner ja gar nicht rein, ne? Das sind alles mexikanische Namen. Ne? Passend dazu, dass es ein mexikanischer Club ist. Das ist okay, er gibt aber ein bisschen. So, wir gewinnen ist easy. Na? Ja. Der Gettetay-Punkte, weil er einfach in der Gegenfahrerbahn fährt. Traum noch 5 Sekunden, dann hast du es geschafft. Du musst nur noch das Rennen gewinnen. Du musst nur noch das Rennen gewinnen. Okay, hast die Wette gewonnen. Aber das will Maida verhindern. Der könnte es jetzt noch angewandten. Was dazu führt, dass Calaca sich vor ihn setzt. Und wie eine Kakarake, der im Platz verantwortet. Wie muss das denn? Da muss ich nicht lang gehen. So macht man das glaube ich nicht. Da muss ich doch nicht lang gehen. Du bist überraschenderweise noch Erster. Und klar, irgendeine Kakarake ist wieder an mir dran. Ich hätte irgendwie erwartet, das ist dramatisch. Das ging ja an mir dran. Na? Ja gut, jetzt sind zwei an die dran. Und die anderen sind jetzt einfach schon von der Map verschwunden, weil sie so weit wechselt. Ne, drei. Drei sind es. Na, 5 Voltmeter. Dann müssen wir es ja auch erstmal schaffen zu überholen. Na? Danke. Warte mal vorm Ziel stehen, damit alle vor dir rein fahren. Hä? Wirklich? Da war jemand schneller als du. Hm, da war jemand schneller als du. Mhm. Nur mit dem Crash, sonst weiß ich nicht. Ja. Bestimmt. Da hast du 20k nochmal bekommen. Sobald ein Auto wieder zu schlecht ist, wollen wir nicht gleich einfach das Beste kaufen, was es aktuell gibt. Machen wir. Wir haben doch eh das Geld. Wir sollten ja mit. Und du hast ein Getriebe bekommen. Cool. Darf ich ein Garage schicken, wenn du nicht da drauf? Ja, wenn wir gleich die Jena an das Auto kaufen kannst, kannst du auch reintauschen oder so. Dann können wir wieder ein bisschen gambeln um die Teile. Ja, ok. Bei meinem haben wir halt wirklich das Beste Auto wieder zu kaufen. Wir haben auch genug Geld. Weißt du jetzt einstürfen? Ja. Dann können wir wieder gambeln um die Teile. Achso. Weil gleich wirst du eh ein besseres Auto brauchen. Und bevor du irgendwie der 50 mal ein bisschen schaffst, ne? Können wir jetzt eigentlich auch nach einem besseren Auto gucken. Moment mal Morgan. Ich hab von dir gehört. Du wurdest doch vor einer Weile kalt gestellt. Das war damals. Und was ist jetzt, Mann? Jetzt besiege ich deine Racer. Und dann dich. Los, Jento Mann. Du hast keine Chance gegen mich. Das wird sich zeigen. Was brauchen wir hier für ein Auto? Na ja, 140 und du hast ein 133er. Ich guck grad, wo ist der Händler? Abgeburte. Hier ist eine Tanke. Hier ist ein Tuningstrop. Wir brauchen immer ein Auto hinter der Garage. Da oben, ne? Da bist du ja. Da bist du ja. Da bist du ja. Das sind 10.000 Kilometer. Hä? Das sind 10.000 Kilometer. Da bist du ja. Das ist ein Tuningstrop. Ja, wie krass ich bin. Ich hab mir das SpeechWeb ausveröst. Oh, wie krass ich bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist für 10.000 Kilometer. Das hält er jetzt zu vorne und vor. Was ist das denn? Oha. Das ist für 10.000 Kilometer. Das ist für 10.000 Kilometer. Wenn wir mal in die Richtung fahren würden, in der die Markierung ist, würden wir aber sehen, wie weit er weg geht. Aber das tun wir nicht. Wir fahren nicht mehr an den Straßen. Also, da gab man ja noch ein paar Kommandons. Ne? Ja. Bist du so am Tag für Oster? Ja, richtig. Oh, der wird gleich stöhnt. Der ist gegen einen Telefonmast gefahren. Der stöhnt gleich der Tetanorgasmus. Warum sind wir auf einmal weiß und nicht schwarz? Ja, weil wir jetzt Tyler sind. Wir haben doch jetzt auch die Aufwohrtrennen beendet beim letzten Mal. Ach so. Deswegen ja auch neues Auto. Du hast doch beim nächsten Mal den Aufwohrtypen in den Arsch getreten. Mhm. Und es sind auch drei in dem Team. Es ist Tyler, den du auch am Anfang gefahren hast als Chauffeur. Der hat jetzt ein Team ja zusammengestellt. Und dann gibt es Mac, den Aufwohrtypen und dann noch die andere. Okay. Deswegen gibt es jetzt immer wieder verschiedene Aktivitäten. Mhm. Deswegen brauchst du auch so viele Autos im Spiel. Aber jetzt noch die Grazer. Irgendwann macht Mac und glaube ich jetzt noch Drift retten und so. Und so und sowas alles, ne? Mhm. Deswegen immer ein Kapitel sind, glaube ich, jetzt machen die beiden so zwei verschiedene Rennaktivitäten. Okay. Um halt im Endeffekt fürs Haus fahren zu können, ne? Also bei diesem großen Kapitel zu machen. Jetzt hast du dauernd beim Negospielen so gemacht. So ungefähr. Wenn man einfach anhalten muss bevor man die Befährt. Aber ich sehe nicht mal ein Mensch. Befährt nicht mal jemand. Wie soll ich den Vorfahrt gewehren? Ah, da ist der Tanker, oder? Ja, dahinter ist er. Jetzt schon da? Ja, jetzt sind wir endlich da. Ein weiter Weg. Also entscheide ich lieber für das richtige Auto. Anzünden. Ja, alles viel zu billig für uns. Null Euro? Nein, die gibt es noch nicht. Die sind gesperrt. Eins zurück. Die sind alle gesperrt. Wie viel PS hat das? 426. 230 Spitze. Das ist halt schlechter als das jetzt. Ich lege. Ja, ja, ne? Dann guck mal nach dem Besser aus. Na, der ist ja schon so. 2256 Spitze. Das ist ein Mazda. Wann musst du denn hier lesen? Aber ich bin ja so gut. Man muss ja schnell sein. Die PS sind ja eigentlich egal in dem Moment. Ja. Und wenn du dann abgehst. Ja, oder diesen Subaru hier. Das glaube ich, wenn wir wirklich wieder das piste Auto haben, über das Doktor bekommen kannst, war das der D&D D&D. Ja, lass den hören. Ja, kannst du mal 84.000, da haben wir ja noch 130. Ja. Ja, nur für Waysafe, jetzt ist mir klar. Ja, möchte ich. Und jetzt wieder eine halbe Stunde fahren, um zum nächsten... Ach nee, da vorne ist auch einer. Verschließt mich nicht. Ja, wir müssen dann bloß so 5-6 km zum Rennen zurückfahren, ne? Ah. Ah, egal, ne? Ja. Schafft man schon mit dem Auto, weil der ist ja so schwer, ne? Mhm. Guten Tag. Da war jetzt sogar mal jemand anderes auf der Straße, hast du gerade gesehen. Da ist noch einer. Oh mein Gott, da haben sie das Auto gewechselt. Jetzt gibt es auf einmal Leute auf dieser Straße. Ja, ich... Vor allem mal mögen sie mich lieber. Ja, ich möchte mal kurz ausholen. Jaaa! Mit 170 durch eine 150er Blitzer gefahren. Ne? Ja? 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 Ja, ja. Ja, wenn du ja auf gerade Strecke bist, dann siehst du auch die 200 Spitze, die er kann. Mhm. Ja, ich habe die Bremseleiter, weil ich voll durch die Kurve gerast bin, ne? Aber im Kopf war schon bei 200. Mhm. In London. Mhm. Wie ist ein Mazda? Ja, da ist ein Kaffee-Walker, ne? Ah, ok. Wir müssen es haben, ne? Ach so, das ist ein Spiel. Ich glaube, dafür bist du noch Zibylle, um so ein Lamborghini zu fahren. Na? Komm, irgendwann spielt er im Spiel. In real life. Ich bin in Fortnite-Face-Club. Ja, das ist der Getriebe. Dann rollen wir mal ein bisschen, ne? So, neues Getriebe von Versace. Ach nee, von Ameritania. Wow, rein damit. Ja, geil, Alter. Einbau. Einen neuen Kopf. Jetzt kommt. Aber jetzt kommt der Versace Kopf. Jetzt und? Von Shidori. Sie haben den Leon Kopf. Und jetzt ein neuer Block. Von Ameritania. Ein sechster Block. Geil, Alter. Er hat mal schön eingebaut. Ein neuer To- To- Ein neuer Block. Ja, das ist doch gut, wenn wir ganz viele Teile von demselben haben. Guck, es gibt nämlich Bohnen. Guck, dreimal Amerikanier. Es gibt Bohnen. Ziemmer Amerikanier. Deswegen macht es doch Sinn, dass wir sagen, dass wir alle wollen nach Amerikanier. Vierter Mal. Ah, vierte Mal. Steuer geht auch von dem. Das heißt, der Verbundes müsste... Ne, der geht glaube ich nur für drei Tage. Wack. Ich hätte das gerne viermal Amerikanier ohne. Aber wir sind schon bei 188. Wir haben damit 150 gekauft, ne? Ja. Genau, ein Ausbau. Cool. Jetzt sind wir schon bei 696. Fast bei 200. Getriebe haben wir glaube ich schon, ne? Ja. Ah, die sind voll. Ne, vierer Stock. Ich guck gerade mal, ob hier im Shop noch was besseres gibt. Oder ich sehe das nichts. Ne. Da war irgendwas mit 6. Ja, den haben wir. Aber den Block, den es mit 6 gibt, den haben wir auch mit 6 hier. So, da steht irgendwas mit Stock. Ne? Ein Block. Motorblock. Aber den haben wir schon. Genau die gleiche 6er Karte. Wo ist mit einer anderen Spezialisierung? Ah, nein. Deswegen hab ich gerade gepuckt. Oh, vielleicht. Vielleicht noch einen Kopf von denen, oder ne? Gibt's nicht. Faktor nicht. Faktor nicht. Faktor nicht. Also jetzt solltest du die da hinten ja easy fertig machen, ja. Easy. War 140 empfohlen, weil dein Auto ist 196. Ne? 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 Weiß ich auch nicht. Das ist einfach scheiße. Das ist ein 196er Auto gegen ein 140er Gegner. Hm? Ich bin nicht langgefahren für diesen Typ. Hä? Ich bin nicht langgefahren für diesen Typ. Ne? Ja? Keine Ahnung Ich weiß aber, dass er zurückliegt Fünf Kilometer wie viel das sind Ich würde ja querfett einfahren Aber da sind so ein paar Berge im Weg Ich glaub vermissen wir außen rum So 169er Speedshow Ich rock die Makos 220 Ups Spitze Spitze waren wir eben bei 250 Ja ok Komm jetzt schon mit Launa Ja es ist hier halt nicht mehr so hoch Weil ich gerade einen Unfall aufgebaut habe Und die das Ding dann schmelzen Ist aber egal, wir schaffen die trotzdem noch mit einem Stern Wenn die ein Endeffekt mal vorbei ist Einen Stern am Ende Ja Einen Stern am Ende Das bringt ein bisschen Geld auch noch Und wenn wir genug von dem machen, da gucken noch 20 Dann kriegen wir wieder eine Teilbelieferung Was? Dass man die, die so viel Geld geben Oh klar Na? Ja Da bleiben wir gerade nochmal unserem Autohändler wieder vorbeigefahren Das heißt wir haben noch einen Moment viel vor uns Aber auch wie schnell ist das Auto Um den zu verleten Ups Da ist ein Feuerspeed Und der Gegner ist froh aber da haben wir das Tempo verloren Na? Ja Und wann ist der noch bei dir? Na? Wann ist der noch bei dir? Ja Wann ist der noch bei dir? Weil der weiß jetzt eigentlich nicht so bei dich waffen oder? Morgen Wann ist der? Morgen Morgen Ja Ich weiß aber die brauchen als Fanzi recht kann Wobei jetzt Die Kurven sind rausgefallen Wahrscheinlich schaffe ich nicht Fanzi Genau so scheiße wie du einfach Ne 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 Das ist schade Ne Ah Dummer Da sind so viele Kurven Warum ist da eigentlich immer eine gerade Strecke? Ja Es ist echt froh was wir noch so weit fallen Ne Ja Dadurch gab es da zu leeren rausgekommen Und sonst hat er gesagt Aber mir das ist viel zu dunkel Wann noch Ja Es ist viel zu dunkel draußen Das geht nicht Aber wenn wir jetzt da zum Beispiel mal fallen also Ist es viel zu hoch Ja natürlich Das ist ein bisschen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Und auch weil wir keine Xbox haben Ne Wir haben ja was ist noch ein Hahahaha Mh Was man denn Schieb zwischen Xbox T4 und so Haben sie mit allem das gleiche Eindruck Als Xbox T4 und Xbox Wenn es nicht mehr spielt wäre Das ist doch dann aber schön Außer der Gast Ja genau Aber die Titel ist ja explodiert Jetzt auch mit einer Motor schieb Von Alter her? Nein, wir kommen immer zur gleichen Zeit raus. Und das ist ja alles abzett. Ich glaube, hier lassen alle hin. Ja, aber ich darf gerne etwas fragen, das hat der Vater gesagt. Ich habe mir was avisiert, wie wir vorhin. Bei Gettnern fragt man auch so, was machst du denn so in die X-Books? Ich weiß, dass ich verbehalte. Mein Vater hat gesagt, ich gab es gerne. Ne? Interessant. Von Preise ist unterschiedlich. Ja, aber nur weil die günstige Re-X-Forbes leistungsreduziert ist. Die ist nicht so stark, wie die Series X und PS4. Also die, die da stehen. Ähm... Ja... Wie weiss nicht? Ja, das ist die nächste X-Box. Deswegen, die ist einfach nur günstiger. Vor einer Normalkreisheit von PS5 und Xbox Series X ausgespielt. Wie gesagt, das ist gleich nicht. Wir sind gar nicht. Das ist die Resulte erspart, ne? Nein, ich schenke doch. Was? Alter? Oh, das ist das falsch, das ist das auch falsch. Das ist das auch falsch. Das ist das auch falsch. Warum die Ecke? Hier sind zwei Räneen in die Machen. Ja, da ist dein Rennen. Danke. Das ist die Wende nachher zwei Minuten zwanzig. Ja. Jetzt hast du nur zwei Minuten zwanzig Zeit für das Rennen, ne? Letztes Mal war es ein Kinderspiel. Na dann... Und diesmal habe ich ein besseres Auto gekauft. Nur um zu flexen. So, wir müssen jetzt ein neues Auto kaufen. Vega El Coco, Azteca, Binaro, Caraca, Latriste, Porsche und Maldat. Die müssen wir jetzt alle besiegen. Also, Jungs. Dann war es da wieder durch den Gegenverkehr. Ja. Dann Tobi fühlst du richtig, wie schnell du bist. So schnell? Zum Beispiel fühlst du jetzt Tobi, dann merkst du den Unterschied. Ja, natürlich. Weil dann viel schneller wird, als er eigentlich dachte. Auch wenn Tobi wird. Weil der extra Gas... Ey, da war eine Coca-Cola-Werbung. Weil der ja extra Gas, wenn eingespritzt wird, und dann weiß, dass er was verbrennt wird. Deswegen kann das Auto schneller werden, als dann die nächsten. Ja. Vielleicht ist das, wenn man nicht vor allem spürt. So, und dann vielleicht ein Jahr und Jahr. So, wenn man die Coca-Cola-Werbung muss. Vielleicht muss jetzt ein Coke-7 aus der Tasche hervorheben getrieben. Ja. Aber die haben nicht gerade so oft gefordert. Hm. Wie ist das? Eher wie die 1.5.5 Gärtner eine Chance haben, ne? Vor allem wird der eine da gerade von den Bullen verfolgt? Ich glaube, ja. Ja. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht hin. Ist klar, ja, ist gut vor allem. Ja, vor allem der zweite, hinter dem wird einfach gerade von den Bullen verfolgt. Der Vetter ist einfach komplett von der Strecke gefahren. Ne? Haben wir gerade gesehen. Ah. Da war ein blingendes Auto. Das denke ich mal, dass es gut sei. Weil du fährst ja in den Straßenrand. Die sind ja illegal. Ich hab's ja irgendwie ja nicht gesehen. Ich hab's ja gesehen. Ich hab's ja gesehen. Ich hab's ja gesehen. Ich hab's ja gesehen. Das ist ja... Ich hab's ja gesehen. Ja, du bist eh gleich im Ziel, da vorne ist er schon. Easy, zwei Minuten geschafft. Easy, easy, kein Ding für den King. Die andere Zeit war aber wieder besser. Ich bin ehrlich geschlagen, du hast gewonnen. Geil, nach 5000 Dollar, davon kaufe ich mir jetzt einen Loddy. Gefühlt man kriegst du in dem Spiel dafür nicht. Dafür kriegst du aber, wenn du die Wette gewinnst, in jedem Rennen. Wenn du erster bist und die Wette gewinnst, hast du 20k. Das ist ganz egal. Dann haben wir die 100k für das nächste Auto. Fürs nächste Mal. Das ist schlechter. Ja, ist schlechter. Verkaufen, oder? Verkaufen oder eintauschen. Mal zum Beispiel. Also eintauschen, dann können wir wieder gambeln. Hab ich jetzt gegambelt? Naja, was verkauft, das ist aber egal. Wenn wir nicht genug zum gambeln haben, können wir die Teile ja auch genauso gut kaufen.